Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 7D2D. Wir werden gleich mal hier rein gucken ins Haus. Bei POP & PILS. Schau mal. Mal gleich mal die Tür abmachen hier. Totalerweise. Gleich mal. Zurücktreten. Kyoto ist auch gleich drin hier. Jo. Na. Oh scheiße. Den Lachern müssen. Gehen wir gleich mal auf das andere Gewehr. Der hat 7 Schuss hier. Anderes Gewehr. 7 Schuss. Die Volition kann man nämlich beliebig herstellen. So. Schau was hier schönes gibt. Erstmal säuber. Hier gibt es Geschäfte. Hier gibt es bestimmt was zu essen. Das sieht aus wie eure Apotheke. Oder so was ähnliches. Scheiße. Ja eine Impffektion geholt. Na klar. Aber gut, da haben wir zuhause was, ne? Selbst schuld, Anführungszeichen. Ich hab ja hier die... Das hab ich ja gefunden, ne? Guck mal schon. Guck mal. One of us. Schon draußen. So. Versuchen wir alles heute, ne? Eben Raum garantiert. Binde. Ja. Schöne Gläser ist immer gut. Ach, ich kann mal hier bauen. Gut, deswegen waren wir nicht gerne. Papier kann man brauchen, ne? Für unsere Munition. Hier auch nicht. Come on. Kämmrich hat man. Na, ob wir noch Antibiotika finden, sehr wahrscheinlich. Ich muss gleich mal Tabletten nehmen, damit wir wieder gesund werden, ne? Kann ja nicht schauen. Das wäre Munition, ne? Ja. Das wäre Munition. Man, was erschreckend du? Ich bin doch so schreckhaft. Ah, der Ende, ne? Überlastet, was typisch. Ich brauche Antibiotika. Bin ein bisschen enttäuscht. Bier. Nochmal wieder. Leer, 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 leer. Geht's gar nicht. Aber rauskriegst nicht. Geht's gar nicht. Geht's gar nicht. Grundstoff. Geht's gar nicht. Geht's gar nicht. Ja, das ist typisch. Sieht auf Messing auf. Mal gucken, was wir ansuchen können hier. Brauchen wir nicht. 7 Spritzen. Wo Blei an sich auch nicht richtig wäre. Bei Blei kriegen wir eine Mine. Viel besser. Und viel mehr. Ja, ich weiß nicht, was ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie wir die Glocke gehen. Ich weiß nicht, wie wir die Glocke gehen. Entschuldigung. Jetzt kratschen im Hals. So, dann wollen wir einmal einen Laden und gleich voll beladen. Tja, ich wollte noch dringend Dings besorgen. Und zwar... Oh, drück und heiß ist das nicht gut. Und zwar wollte ich mir noch Ölschüler besorgen. Dann muss ich mal schauen, was ich finde. Jetzt bin ich ganz klug da fast. Dass wir hier ganz kurz... Dann überlegen. Erdbohrer nehmen. Dann überlegen. 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 Kunststoff, auf jeden Fall, Eisen, Eisen, Missing, Papier, am oben nicht, Schiene, Bildbrett, ja gut, Leder, der Geier ist da, Blei, Magnum, Bier, Rose, das ist ja so schwer, das wird, bis jetzt immer wieder weg. Um, was, 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 Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was? 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 Was ist das? 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 Was? Was hat noch ein bisschen, Bleiimulation herkommt, nicht? gut fahren wir zurück gut, das soll es dann vorher gewesen sein, auch wenn es kurz war auf den Rückblick passiert eh nicht viel tschüss und wir gewinnen bis dann, tschüss